Servus Leon, dieses Lied, das hast du ganz gleich gelernt, den Pass brauchen wir aber nicht dazu, derweil. Das suchen wir in der dritten Reihe, das ist der Gleichton auf der zweiten Reihe, da ist er auf der dritten, aber wir brauchen den da auf Schub, Zug, und wieder Schub, Sie schau an die Welt, das ist schon zuerst das Motiv, das probierst du, also Schub, Zug und Schub, wir fangen mit dem Mittelfinger an, mit Schub, Zug, Zeigefinger, vierter Finger und wieder Schub, der Anfangsfinger. So geht es dann weiter. Dann nehmen wir den Zeigefinger an, also da bei dem Zeigefinger, da setzen wir jetzt den dritten Finger drauf, Schub, Zug, Zug, also Anfangsfinger, der zweite, der zweite Baustein, Schub, und jetzt Zug, Schau wie die Kerze brennt, Schau wie die Kerze brennt, und diesen zweiten Baustein auch so oft spielen, dass nimmer denken musst, Schau wie die Kerze brennt, singst du einfach dazu, Schau wie die Kerze brennt, Schau wie die Kerze brennt, jetzt nimmst du den nächsten Baustein dazu, Sie schau Advent, da hupf ich runter mit dem dritten Finger, Schau wie die Kerze brennt, also Oberhass zum Kinn, Schau wie die Kerze brennt, Seid's bereit, Die Weihnacht ist nicht weit, nochmals das zweite Motiv, Vier Weihnacht, jetzt auf Zug, und da von der zweiten Reihe, Wenn das kannst, dann spiele ich dir gern den Rest dazu auf, aber zuerst brauche ich dein Video, ob du das so mit meiner Anleitung gelernt hast. Noch einmal, Zug und Schub, Schub und Zug, Das sind die zwei kurzen Töne, Schnell, Schnell, Schuss, Gutes Gelingen, das ist wirklich gut.